Generationen aufgewachsen mit Pampers, rasiert mit Gillette, gewaschen mit Ariel oder Meister Proper. Dahinter steckt ein Unternehmen, Brockdown Gamble und wir von Trading Brothers zeigen euch, warum wir Brockdown Gamble in unserem Investitionsdepot haben und uns damit in trockenen Tüchern fühlen. Ja, das was ihr hier seht, ist das sogenannte Big Picture. Der Chart geht von links unten nach rechts oben. Das ist der Grund, warum wir Brockdown Gamble in unserem Investitionsdepot drin haben. Also die gehört ins Fundament für unsere Aktien rein. Und in rot unten siehst du die Schwankungsbreite dieser Brockdown Gamble. Daran sieht man schon gerade in Krisenphasen, da ist dieser antizyklische Wert recht stabil. Das ist ein wichtiger Baustein in unserem Vermögensfundament. Und weil der so wichtig ist, haben wir Brockdown Gamble auch in unser IVD-Starter, also für die Beginner von einem Aktienfundament mit reingepackt. Denn wir glauben, diese Aktie gehört wirklich in jedes Investitionsdepot mit rein. Wenn dich die weiteren Aktien im Investitionsdepot interessieren, unter dem Video gibt es einen passenden Link. Gut, kommen wir aber zurück zu Brockdown Gamble. Eric, was machen die eigentlich? Die machen ziemlich viel, wenn man weiß, was sie machen. Also Brockdown Gamble gibt es schon sehr, sehr, sehr lange. Das ist eines der ältesten Unterlehmens, die wir bei uns in unserem Investitionsdepot überhaupt haben. 1837 gegründet, von William Proctor und James Gamble in den USA gegründet. Und was machen sie am Anfang? Sie stellen Seifen her und Kerzen. Ja, sie wachsen und gedeihen ganz gut. Also zum Beispiel im Bürgerkrieg, im US-amerikanischen Bürgerkrieg, kriegt die Unzonsarmee Kerzen und Seifen eben von Brockdown Gamble. Und die Soldaten kommen irgendwann nach dem Krieg nach Hause und benutzen die Produkte, die sie kennen, weiter. Sprich, Seife von Brockdown Gamble. Brockdown Gamble ist übrigens auch ganz bekannt für ihre Seifenlinie Ivory, also Ivory Soap. Und eines der ganz markanten Sachen ihrer Slogans war, dass diese ganz pur weiß ist, also ganz rein und eben auch oben auf dem Wasser schwimmt in der Badehade. Das war wichtig. So kann man seine Seife auch wiederfinden. Gut, ja, das ist ja interessant. Ja, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht, aber man lernt nicht aus bei diesen alten Hasen. Gut, Brockdown Gamble ist aber auch kein kleines Unternehmen. Du hast mir mal so einen Vergleich hier zukommen lassen mit zwei der, ja, ich sag mal direkten Konkurrenten. Ja, wir haben jetzt hier Brockdown Gamble, also mit 368 Milliarden US-Dollar, schon ein sehr großer US-Konzern für Konsumgüter. Und dann natürlich die europäische Unilever mit 126 Milliarden Euro. Also auch nicht gerade klein, aber das ist schon nur noch ein Drittel. Und Colgate-Palmolive mit 68 Milliarden US-Dollar. Hier im Big Picture ist mir was aufgefallen. Und zwar, wenn ihr euch jetzt mal anschaut, da gibt es einen sehr starken Kursrückgang, ungefähr 2000 rum. 2000, Falk, du wahrscheinlich auch und ich sowieso, wir denken ja immer an Dotcom-Blase. Jetzt könnt ihr mal denken, was machen die denn da? Wollten die da in das Computergeschäft einsteigen oder sowas? Nein, war natürlich nicht so. Brockdown Gamble hat da versucht, zwei Pharmafirmen zu kaufen. Das hat aber nicht funktioniert. Also die Akquisition ist durchgefallen. Dazu kam nur noch einmal schlechtes Umsatzergebnis. Das hat den Investoren damals gar nicht gefallen. Davor war wohl auch, ist Procter & Gamble auch sehr, sehr gut gelaufen, wie wir hier im Chart sehen. Das heißt, da gab es einen sehr heftigen Rücksetzer. In dem Zuge hat sich aber auch Brockdown Gamble ein bisschen umstrukturiert und ein bisschen verschlankt. Und wie wir sehen, das hat dann auch wirklich funktioniert. Und seitdem geht Brockdown Gamble auch wieder seit 20 Jahren in die richtige Richtung. Ja, das ist ja ein guter Hinweis. Colgate Palmolive, das sind ja bestimmte Produkte. Brockdown Gamble geht ja viel, viel weiter. Die haben ein viel, viel breiteres Produktkonzept. Wir haben hier nur mal eine Auswahl von verschiedenen Dingen eingeblendet. Die kennt ja so gut wie jeder von uns, zumindestens die Generation, die so jetzt 30 oder mehr Jahre zählt. Wie sieht es bei dir aus? Ja, klar, die Produkte kenne ich auch. Aber wie du schon sagtest, würden wir jetzt hier alle Produkte vorstellen. Die ganze Folie wäre komplett voll und wir sitzen wahrscheinlich dann morgen noch hier. Das ist jetzt so eine kleine Auswahl, aber die Marken kennen wir alle. Gillette, Ariel, Pampers. Pampers als Synonym für Windeln eigentlich schon. Also das muss man mal geschafft haben, dass der Markenname als Synonym für eine Produktkategorie wird. Das gibt es ganz selten. Da haben sie es geschafft. Braun gehört dazu, zum Beispiel Blenderdent, Head & Shoulders und natürlich noch einige andere Marken, die wir jetzt hier als Europäer nicht kennen, aber vielleicht eher im US-amerikanischen Markt vertreten sind. Interessanterweise aber, wenn ihr mal in eurem Bekanntenkreis fragt, ja, kennt ihr den Procter & Gamble? Dann heißt es dann, nein, den kenne ich nicht, nie gehört, was ist denn das? Und dann sagt sie immer, ja, kennt ihr Pampers? Habt ihr das? Nutzt ihr das? Oder Gillette? Oder Ariel? Dann kennt das aber wieder jeder. Also immer hinten mal auf die Produkte mal oben drehen und schauen, werdet ihr überrascht sein. An vielen, vielen Stellen steht am Ende, das ist eine Marke von Procter & Gamble. Procter & Gamble hat übrigens auch eben wegen diesen Konsummarken auch ein exzellentes Marketing ist in der Branche sehr bekannt. Also wenn man da einmal ein Marketingmanager oder Mitarbeiter ist und da Werbekampagnen entwerfen darf, das ist schon eine große Auszeichnung bei denen. Ja, da würde ich sagen, dann schauen wir mal auf die Investorschiene und ich habe euch dazu mal wieder eingeblendet, die Monatsmatrix, in dem Fall seit 1979. Und auch da seht ihr eine sehr, sehr stabile Wertentwicklung. An der Seite rechts habt ihr die in der Balkengrafik dargestellt. Es gibt nur wenige rote Jahre, also negative. In der Regel gibt es mehr grüne und es gibt auch mehr positive Ausreißer nach oben. Das ist etwas, was wir unbedingt in unserem Investitionsdepot haben wollen. Und wenn wir jetzt uns die Frage stellen, wie wollen wir da jetzt einsteigen, dann nutzen wir ganz gerne die Saisonalität. Ich habe euch für P&G, also Procter & Gamble hier mal die letzten 25 Jahre ausgewertet und zwar ohne den Trend rauszurechnen. Also mit dem Trend und da seht ihr schon eine Teilung. Auf die Teilung will ich nochmal genauer eingehen, denn wenn man den Trend rausberechnet, dann sieht das Ganze so aus. Und da sehen wir eindeutig, die erste Jahreshälfte ist in der Regel negativer als die zweite Jahreshälfte. Und das Interessante ist, wir stehen ja jetzt gerade knapp vor diesem Wechsel. Und ich habe euch das sowohl in der Monatsmatrix hier in rot nochmal gekennzeichnet, welche prozentualen Zuwächse da zu rechnen sind. Und ich habe es euch nochmal ausgewertet. Also von ungefähr, und das sollte man auf den Tag genau nicht zu ernst oder zu genau nehmen, von Ende Juni bis Ende Dezember hat Procter & Gamble es geschafft, in den letzten 25 Jahren immer zuzulegen, außer 2002. 2002 ist ein ganz kleiner Verlust entstanden. In den restlichen Jahren konnte Procter & Gamble immer zulegen. Und das ist dann eben genau für diejenigen unter uns interessant, die eine Einstiegsposition in diese Aktie suchen. Jetzt wird der Zeitraum eröffnet und so, ich sage mal, bis in den Juni, Ende Juni hinein, sollte man seine Position als Investor gesetzt haben. Die Trefferquote ist dann sehr, sehr hoch, in einen positiven Trade einzusteigen. Und an der Stelle, wer die allgemeine Makrolage so verfolgt und da noch so ein bisschen Skepsis des Gesamtmarktes gegenüber hat, wir verwenden Procter & Gamble auch ganz gerne als konservative Aktie in unserem Vermögensfundament, um diese einfach auch in Krisenphasen zu halten. Ich würde sagen, an der Stelle gehen wir nochmal auf das Fundament ein, die fundamentalen Daten. Als antizyklisches Unternehmen ist Procter & Gamble ja gerade in Krisensituationen für uns interessant. Warum? Weil diese Produkte in der Regel immer gekauft werden. Ja, und wie sich das aufgliedert, das sehen wir hier. Traditionell ist Procter & Gamble natürlich stark in Pflegeprodukten in verschiedensten Formen, also für männliche, weibliche Babys, Produkte, Schönheit, normales Haare waschen, Körper waschen, Wäsche waschen. Und genau mit diesem Produkt machen sie ihren großen Umsatz. Aber die sind natürlich auch, die müssen hergestellt werden, das sind im Nachhinein auch wieder in irgendeiner Form chemische Produkte. Die müssen hergestellt werden, da braucht man Anlagen für, Materialkosten sind entsprechend hoch. Das sehen wir hier vom Umsatz geht da über die Hälfte einfach weg. Für die Materialkosten und für die Lohnkosten, da natürlich noch hier einiges für Marketing und Sonstiges. Und am Ende bleibt dann immer noch ein ansiehnlicher Nettogewinn übrig. Nicht so groß wie bei anderen Firmen natürlich, aber für eine Firma, die Pflegeprodukte verkauft, ist das sehr ansiehnlich. Ja, da würde ich an der Stelle mal sagen, da gucken wir auch mal genauer hin. Das hier sind die Auswertungen aus dem Trader Fox, Qualitätschecks, Wachstumscheck und gleich in die Robustheit. Da wolltest du uns hier nochmal ein paar Details zeigen. Der erste Blick fällt natürlich auch hier wieder auf die Qualität. 13 von 15 Punkten, brauchen wir gar nicht groß diskutieren. Ein qualitativ hochwertiges Unternehmen. Umsatzwachstum ist ein bisschen durchwachsen, über die letzten fünf Jahre gesehen. Aber auch hier, wenn man dann mal genauer schaut in die Grafik, Instagram auf der linken Seite. Umsatz geht sogar nach oben insgesamt und Gewinn ist natürlich auch da. Einbruch gab es dann 2019. Trotzdem ein exzellentes Unternehmen. Dann im Wachstumscheck haben wir immer noch gute 10 von 15 Punkten. Ja, das Umsatzwachstum ist bei den Antizyklikern hier oder für den Konsumhersteller ein bisschen ein Problem. Gerade bei so einem, wie Procter & Gamble, da ist das Wachstum insgesamt natürlich auch global gesehen teilweise ausgereizt. Also man hat seine Produkte, die man gerne hätte. Also man wäscht sich mit dem einen die Haare oder mit dem anderen Produkt die Haare. Und so schnell wechselt man dann nicht einfach hin und her. Bleibt eigentlich nur die dritte Welt, die müsste aber entsprechend erschlossen werden. Auch hier im Trend, die letzten Jahrzehnte, kennt Procter & Gamble nur eine Richtung im Chart. Hat jetzt zuletzt ein bisschen Zeitler jetzt sich bewegt natürlich. Aber das könnte ja dann auch wieder eine gute Einstiegschance sein. Ja, das höre ich auch so. Dann schauen wir doch mal auf Dividenden, die Procter & Gamble auch zahlt. Und zwar seit 132 Jahren. Also wie manche Firmen gibt es noch gar nicht mehr so lange. Und so lange zahlen die schon Dividenden. Davon in den letzten 66 Jahren haben sie immer die Dividendenzahlungen erhöht. Und also auch ein guter Dividendentitel. Dann schauen wir uns noch den Robustheitscheck an. Ja, volle Punktzahl, 15 Punkte von 15. Da stimmt dann einfach alles. Dann kommen wir zum letzten nochmal, zu der Faktoranalyse. Für uns in unserem Investitionsdepot sind natürlich vor allem zwei Sachen ganz wichtig. Das ist die Qualität und auch die Volatilität. Qualität, weil wir wollen ein Unternehmen haben, was wichtig ist, was weiß, wie sie mit Geld umgehen müssen, wie sie Produkte an Mann, Frau und Kind bringen. Also mit 96 Prozent, da kann man wirklich nicht meckern, bei weitem nicht. Und Volatilität, wir wollen gerade auch speziell mit Procter & Gamble keine großen Schwankungen haben. Wir wollen ein wirklich grundsolides Ding haben in unserem Fundament. Fast schon wie Gold im Prinzip oder wie ein Betonklotz, der das Fundament wirklich zementiert. Gut, und dann würde ich sagen, dann schauen wir mal auf das Fair Value. Das Fair Value ist ja in dem Fall der Umsatz der letzten drei Jahre im Verhältnis zur Marktkapitalisierung. Und da sehen wir mehrere Punkte, wo Procter & Gamble mal überbewertet ist. Das sehen wir hier in dem oberen Bereich. Wenn also die roten Linien da sind und im unterbewerteten Bereich. Das letzte Update hatten wir ja gemacht, das war hier Mitte Dezember. Da hatten wir ja schon gesagt, okay, Vorsicht, hier könnte es temporär nochmal an den fairen Wert zurückgehen. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Und jetzt haben wir die Situation, dass ja nicht das schwächere Halbjahr auf uns zukommt, sondern das schwächere Halbjahr liegt ja hinter uns. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Procter & Gamble in den nächsten sechs Monaten tatsächlich auch etwas in die Überbewertung, wie ihr hier seht, zurückkommt. Und weil das letzte Update über ein Muster auch recht gut abbildbar war, wollen wir das jetzt mal zusammen betrachten, zusammen auch mit den Intermarket Indikatoren. Das ist der Rückblick vom, naja, das war ungefähr Mitte Dezember. Und da seht ihr folgendes, hier unten seht ihr die Intermarket Indikatoren und ich hatte damals dieses Muster mit euch hier gezeigt. Bodenbildung, ein starker Schub zur Oberseite, etwas überhitzt und die Wahrscheinlichkeit war, dass ein Rücksetzer kommt. Das war ungefähr dieser Bereich und wir hatten gesagt, naja, so ein 10%-Rücksetzer kann durchaus in einem starken Bereich mal sein. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze sich entwickelt hat. Genau so dieser Rücksetzer kam und seitdem läuft der Trend weiter. Also jetzt sind wir hier in dieser blauen Pfeilbewegung drin. Und genau hier setzt Procter & Gamble jetzt an, hat eine Bodenbildung vollzogen, ist in einen neuen Trend eingetreten. Und ja, es kann temporär nochmal zu Rücksetzern kommen, aber die zweite Jahreshälfte ist in der Regel sehr positiv. Und das unterstützt eben auch die letzten Zahlen. Procter & Gamble ist gut aufgestellt, sowohl die Earnings als auch der Umsatz, als auch der Gewinn sind stärker gestiegen als erwartet. Und ja, jetzt gehen wir auf diese Saisonalität zu und die habe ich euch hier mal gekennzeichnet, der 27.06. Das ist nicht auf den Tag genau, aber so das Zeitfenster, wo das beginnt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das im Vorfeld nochmal ein bisschen sich abkühlt, ähnlich wie hier. Ich glaube aber nicht, dass das Ganze so intensiv werden wird. Am Fair Value hatten wir ja gesehen, dass das nur leicht fallen muss und dann ist es relativ schnell gut bewertet. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es eine Schubbewegung zur Oberseite gibt, wie hier mit einer hohen Trefferquote. Gut, ja, dann haben wir die Rahmenbedingungen geklärt und dann frage ich dich mal, Erik, als Investor, findest du Procter & Gamble aktuell interessant? Ich finde aktuell Procter & Gamble sehr interessant, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Der Bekannte von mir hat bei Procter & Gamble auch gearbeitet, das heißt, ich kenne Procter & Gamble schon von klein auf, durch die Produkte eben. War auch immer sehr zufrieden, auch heute noch. Und ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis. Viele sind bei ihren Produkten, zum Beispiel eben Pampers, dem Klassiker und dem bleiben sie auch treu. Eben auch durch eigentlich jede Krise. Müsst ihr euch selber überlegen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt Geld sparen müsstet in einer Krise oder einer Rezession, was würdet ihr da machen? Kauft ihr euch ein neues Handy oder lasst ihr das vielleicht nochmal für nächstes Jahr und holt euch lieber Pampers und Ariel Waschmittel? Also für mich ist die Wahl klar, Waschen ist wichtiger als ein neues Handy, leider. Klare Sache. Also für mich ist damit Procter & Gamble sehr wichtig, sehr entscheidend. Würde ich prinzipiell jederzeit langfristig kaufen und eben auch anhand der Statistik, die du jetzt erzählt hast und auch vom Vair Value, auch wenn es jetzt minimal überbewertet ist, denke ich, kann man mit Procter & Gamble eigentlich nichts falsch machen.